Mati, ein paar Tage nach dem ersten Spiel in Gladbach, wie verursachtest du die Leistung? Wir nehmen einen Punkt in Gladbach, das war nicht einfach. Es war wirklich ein Kampf, denn das erste Spiel der neuen Saison ist hart, besonders wenn du wegspielst. Du möchtest drei Punkte, aber im Endeffekt, wenn du auch einen Punkt in Gladbach nimmst, das ist ein schwieriger Gegner und du musst es akzeptieren. Welche Schmerzen haben Sie in der Post-Match-Analysis, die du diese Woche verarbeitet hast? Ich denke, es ist wirklich schwierig zu sagen, dass das erste Spiel der neuen Saison 100% perfekt wird. Natürlich haben wir die Zeit, um die Defensive und Offensive zu verbessern, aber für die erste Spiel sind wir alle glücklich, wie es war. Und während dieser Woche müssen wir unseren nächsten Gegner vorbereiten, Bayern, und wir sind bereit für das Weekend. Die Defensive funktioniert sehr gut zusammen. Wie ist die Chemie zwischen den Nachfragen? Ja, ich denke, es sieht sehr gut gegen Gladbach aus. Natürlich gibt es einige Situationen, wo wir besser sind, aber in den Wochen werden wir verbessern und wir werden auch noch stärker sein. Du hast Brel Embolo gewonnen, zu halten. Du sprachst mit ihm nach dem Spiel? Ja, wir sprachen nach dem Spiel. Natürlich bin ich wirklich zufrieden, dass Brel nicht mehr mit uns ist. Aber er ist ein großartiger Mann, ein großartiger Spieler. Ich war glücklich, dass er gegen uns nicht gewonnen hat. Aber in dem nächsten Spiel wünsche ich ihm alles Gute und viel Gesundheit. In ein paar Tagen werden wir unser erstes Home-Game dieses Saison spielen. Wie ist die Erinnerung? Wir sind alle erinnern und wir können nicht warten, um wieder in der Arena spielen zu spielen. Es ist besonders bei diesem Spiel gegen Bayern. Ich hoffe, es wird eine gute Atmosphäre, wie immer, wenn wir bei Hause oder weg spielen. Denn unsere Fans sind immer groß und ich hoffe, dass wir sie glücklich machen können. Bayern sind sicherlich schwierige Spieler. Aber was macht dich, dass wir die Punkte bei Hause halten können? Ja, Bayern ist der Champion. Natürlich ist das der schwierige Spiel der Saison. Aber wenn du gegen andere Teams spielst, ist es nicht einfach. Besonders wenn du für den Wochenende gehst, und du kennst, dass dein nächster Spieler ist FC Bayern. Du musst 100 Prozent bereit sein, um das ganze Spiel zu sein und zu versuchen, dein Bestes zu geben, wenn du etwas von diesem Spiel willst. Du hast Deutschunterricht mit Ozan, Jonjo und Co. Wer spricht am besten Deutsch? Ich spreche beste Deutsch, von Ozan und Jonjo, weil sie gerade gekommen sind. Okay, eine letzte Frage. Der internationale Freude kommt in ein paar Wochen. Geht ihr ins Nationalteam? Nach dem Gladbach-Games habe ich mit dem Nationalteam-Coach gesprochen. Er ist jetzt ein neuer Trainer. Ich war letztes Jahr nicht im Nationalteam. Jetzt hat die Situation verändert. Es war eine sehr gute Gespräche zwischen uns. Er hat mir gesagt, was er erwartet in Zukunft. Er hat mir gesagt, was er mit mir war, in den letzten Jahren war. Und ich hoffe, dass ich jetzt, in 10 Tage, 1. September, dass ich wieder da bin. Danke. Bitte.